Wisst ihr, wofür dieses kleine Gerät ist? Das zeigt euch an, wie viel Strom jedes einzelne Gerät in eurem Haushalt verbraucht und ist somit ziemlich nützig, wenn es darum geht, Strom zu sparen. Wir schauen uns heute mal an, wie das genau funktioniert. Das Strommessgerät muss erst einmal in die Steckdose eingesteckt werden. In das Strommessgerät wird dann das Gerät eingesteckt, was ich überprüfen will. In diesem Fall schaue ich mir mal an, wie viel Strom mein Kühlschrank die letzten 24 Stunden so verbraucht hat. Das Gerät zeigt mir auf seinem Display nach seiner Messung einen Wert an. Dieser Wert, ja, der sagt mir auf den ersten Blick ehrlicherweise nichts. Spannend wird der Wert erst, wenn man ihn mit Werten von anderen Geräten vergleicht. Dann kann ich einschätzen, ob mein Kühlschrank ein Energiefresser ist oder eigentlich doch ganz gut und sparsam. Dafür sollte man den gemessenen Wert mit dem Wert eines Gerätes vergleichen, das der besten Energieeffizienzklasse zugeordnet wird. Das Praktische an einem Strommessgerät ist nicht nur, dass ich weiß, wie viel Strom einzelne Geräte verbrauchen. Viele Strommessgeräte können auch direkt anzeigen, wie viel Kosten entstanden sind. Hierfür muss ich vorher angeben, wie hoch der Preis pro Kilowattstunden ist und dann werden mir die Stromkosten angezeigt. Wie lange ich den Verbrauch messen muss, ist nicht bei jedem Haushaltsgerät gleich. Bei Geräten, die nur für einen gewissen Zeitraum aktiv sind, reicht es, auch nur in dieser Zeit zu messen. Bei einer Waschmaschine oder beim Trockner wäre das der Fall. Genauso auch bei einer Geschirrspülmaschine. Bei diesen Geräten reicht es, das Strommessgerät bei einem Durchgang anzuschließen und anschließend den Verbrauch zu checken. Wenn ich das Messgerät beispielsweise bei verschiedenen Programmen mitlaufen lasse, kann ich sehen, welches davon am wenigsten Strom verbraucht. Bei Geräten, die durchgehend laufen oder nur im Standby-Modus sind, lohnt es sich länger zu messen. Mindestens eine Woche sollte man dann den Verbrauch anschauen, um auch einen Unterschied zwischen Wochenende und Arbeitswoche erkennen zu können. Dann kann auch abgelesen werden, wie viel Strom im On-Mode verbraucht wird und wie viel im Standby-Mode dann noch durchfließt. Übrigens, ein gutes Strommessgerät bekommt man schon ab 25 Euro. Deutlich teurere Produkte können meist tatsächlich nicht mehr, sondern belasten nur den Geldbeutel. Alleine mit dem Wissen darüber, wie viel Strom ein Gerät verbraucht, kann ich noch nicht sparen. Dazu muss ich erst einmal die Zahlen auswerten und wissen, welcher Stromverbrauch bei meinem Gerät im Normalbereich ist. Liegt das Gerät laut der Messung deutlich darüber, kann ich das Gerät für ein neues, stromsparenderes Gerät austauschen. Hier muss ich jedoch abwägen, ab wann sich das wirklich lohnt. Zum anderen kann ich nun vergleichen, wie viel der Fernseher beispielsweise verbraucht, wenn ich ihn aktiv eingeschaltet habe und wie viel er noch verbraucht, wenn er in den Standby-Modus geht. Verbraucht der Fernseher im Standby immer noch relativ viel Strom, lohnt es sich für mich, ihn ganz auszuschalten oder den Stecker zu ziehen. Auch hier lohnt es sich, die gemessenen Werte mit anderen zu vergleichen. Vor allem die Standby-Einstellung von Elektrogeräten kann sich zum Stromfresser entpuppen. Wie man das verhindern kann, seht ihr in unserem Video 7 Energiespartipps für Haushaltsgeräte im Standby-Modus. Wie man das verhindern kann, seht ihr in unserem Video 7 Energiespartipps für Haushaltsgeräte im Standby-Modus.